Hallo und herzlich willkommen meine lieben YouTube Freunde wir gucken uns heute einen Replay an von einem Duell das ich gerade eben gespielt habe ich habe nämlich das Duell davor mal gegen einen gespielt der hat Infernoid gespielt mit einer sehr interessanten Variante er hat dreimal den hier gespielt und einmal so ein Viech auf Level 4 das den Effekt eines Monsters im Friedhof übernimmt indem es verbannt. Ich habe mir mal überlegt das probiere ich mal aus weil das hat mir sehr gut gefallen wenn du Gedankengang Runde 1 auf der Hand hast und den Gegner nicht viel call das ist quasi Game Ende und ja exakt dieses Monster und das habe ich dann auf den Friedhof geschickt das aktiviere ich dann den Effekt das verbanne ich dann und dann kann ich einfach mal so alle Karten auf dem Feld zerstören und auf allen Händen das ist eigentlich wenn du das Runde 1 hast ist das Game je nachdem gegen welches Deck du spielst und das hat mir so gut gefallen so viel stärker als Decathlon in der Engine dass ich mir gedacht habe das probierst du mal aus und natürlich geht das nicht jede Runde und hatte auch keine Lust das mal jede Runde zu kommentieren deshalb habe ich jetzt einfach nur das auf diese Weise gemacht und habe dann einmal dieses Duell gemacht wie ihr sieht das funktioniert genial wenn man also Gedankengang Runde 1 auf der Hand hat dann geht das richtig richtig ab und das hat auf jeden Fall hohes Potenzial die Karten sind auch echt billig und ich werde mal gucken ob da noch mehr rauszuholen ist an Engine natürlich spiele ich jetzt auch mal ein theoretisches Begräbnis falls der hier Top Deck liegt oder so und ich hoffe euch hat das Video auch wenn es nur ein ganz ganz kurzes es gewesen ist gefallen ich finde diese Variante auf jeden Fall ziemlich ziemlich cool und wundere mich warum die noch nicht verboten worden ist vielleicht haben die viel zu wenige Besätze entdeckt vielen vielen Dank für den Gegner gegen den ich da letztes Mal gespielt habe dass ich das entdeckt habe und ja dann macht's gut bleibt gesund